Ja! So, so gleich wieder fertig. Ja! Ja! Mim! Why? Ha, Saas. Mimmi mi mi mi! Ne, ich glaub der Hilpass hat schweres Saas. Ah! Oh! Das ist schlimm, der Hilpass. Ah, nirgust du.. Sagen Sie hier zuletzt auf russenschlampen.de? Was? Sann sie hier zuletzt auf russlampen.de? Was? Sann sie hier zuletzt auf russlampen.de? Was? Sann sie hier zuletzt auf schlusslampen.de? Was? Sann sie hier zuletzt auf schlusslampen.de? Sass? Ja, dann stelle ich meine Mannschaft einfach mal vor. Wie gesagt, das ist alles sehr familiär hier. Das ist zum Beispiel der Ulf. Ulf, ihr während der Arbeit lesen, was? So würden andere gerne gemeint, Ulf ist. Was heißt? Erzähl sie doch mal ein bisschen, wie ist das Arbeiten hier so? Schon besser als richtig leben, oder? Na ja, Autos ist nicht unbedingt mein Traumjob. Ich hätte eigentlich lieber was mit Versicherung gemacht oder so. Ja, der Ulf ist... Wie gesagt, das ist alles hier wie Akten. Nur mit Kirmes. Alles hier wie Kirmes, nur mit dem Akten. Alles hier wie Summes, nur mit Akten. Mum. S-s-s-Sauce. Was? Na, dann der Weißen. Der Türke kann kacken, mehr nicht. Das ist kein Vorurteil, sondern historisch erwiesen. Das ist kein Vorurteil, sondern historisch erwiesen.